Ja, wir kommen zum vierten Seminar der Pressing-Kompakt-Reihe. Gegenpressing. Gegenpressing, das neue Zauberwort kann man schon bald sagen. Ist in aller Munde. Viele Trainer reden darüber, viele Trainer haben da eine Vorstellung, was das ist, wie es funktioniert. Ich sag mal, ich hab auch schon von vielen etwas älteren Trainern gehört. Das ist ja nichts Neues. Das haben wir ja vor 20 Jahren schon gespielt. Ist ja im Prinzip nichts anderes als, der Ball ist verloren gegangen und wir versuchen ihn sofort zurückzuerobern. Das ist nicht ganz falsch. Also das trifft den Kern der Sache schon. Aber ich glaube, so einfach sollten wir es uns nicht machen. Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen einem spontanen, ich sag mal in Anführungszeichen, wilden Gegenpressing, so nach dem Motto, der Ball ist verloren gegangen und wir gehen direkt wieder drauf. Oder ein geplantes, systematisches, strukturiertes Gegenpressing. Ich glaube, dass man da sicherlich eine Mannschaft nach wie vor als Paradebeispiel für gutes Gegenpressing immer wieder ansprechen kann, das ist Barcelona, die das natürlich fast in Perfektion spielen. Es gibt aber auch in der Bundesliga sehr viele Mannschaften, ich denke da in der letzten Saison, Mainz 05, die das sehr gut gespielt haben. Borussia Dortmund spielt das auch phasenweise, aber nicht immer mit sehr viel Erfolg. Also ich glaube, es ist nicht nur allein auf Barcelona reduziert, aber das ist natürlich die Vorzeigemannschaft im Moment schlechthin. Und was vor allem bei Barcelona sehr wichtig ist, es ist kein wildes Gegenpressing, es ist schon alles geplant. Ich habe vor kurzem mal ein Interview mit dem Xavi gesehen, beziehungsweise gelesen, da sagt er wortwörtlich, dass ihr Trainer, der Guardiola, Ihnen vor dem Spiel sagt, wo heute die Überzahl sein soll. Wenn man das so hört, Überzahl, da denkt man direkt, oh Abwehrverhalten, wo wollen wir Überzahl schaffen, um zu doppeln, etc. Aber Barcelona sieht das aus zweierlei Perspektiven. Einerseits sicherlich aus Sicht der Abwehr, aber auch aus anderer Sicht, nämlich bei Verhaltensweisen mit Ball. Sie haben eine sehr mutige, offensiv ausgerichtete Spielstruktur nach vorne. Sie sichern teilweise nur mit drei Spielern hinten ab, der Rest ist vor dem Ball. Sie drücken den Gegner in der gegnerischen Hälfte rein. Viele Mannschaften stellen sich auch hinten rein. Sie halten das Spielfeld sehr eng, sieht man immer wieder. Und da ist natürlich, wenn man sieben Leute vor dem Ball hat, bei einem engen Raum, ist es natürlich eine ideale Voraussetzung, gegen Pressing zu spielen. Ich möchte jetzt hier nicht das Barcelona-Modell erläutern und kopieren. Das ist nicht mehr fern, wenngleich ich sagen muss, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Spielstruktur. Es ist, glaube ich, auch nicht möglich, es zu kopieren. Da zitiere ich mal den Fabio Capello, der im Interview gesagt hat, ich übersetze es jetzt mal direkt ins Deutsche, es ist unmöglich, das Barcelona-Modell zu kopieren, aber wir können bestimmte Aspekte aus ihrem Spiel herausziehen und lernen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und den versuche ich hier jetzt mal umzusetzen, nämlich diesen Aspekt, kein wildes Gegenpressing, sondern geplantes Gegenpressing. Ein Gegenpressing, was auf eine gute Spielaufbaustrategie basiert. Und ich glaube, da ist der Ansatzpunkt und der Verknüpfungspunkt, wo man sagen kann, Gegenpressing, geplant, es ist machbar, es ist spielbar. Und das ist, wie gesagt, eine wichtige Aussage, die ich in diesem Seminar auch noch mit Fakten belegen möchte und auch mit entsprechenden Trainingsformen dann füllen möchte. Und das ist, wie gesagt, eine wichtige Aussage, die ich in diesem Seminar auch noch mit Fakten belegen möchte. Und das ist, wie gesagt, eine wichtige Aussage, die ich in diesem Seminar auch noch mit Fakten belegen möchte. Vielen Dank.